ja ihr lieben ich mache jetzt mal eine kleine radtour nenne ich das nicht. ich fahre einfach zum kollegen rüber weil er mir was fertig gebastelt hat und habe die hauptkamera von der dji action 2 an der brust per magneten und ich sage es immer wieder diese fernbedienung die ihr jetzt hoffentlich seht zum starten von aufnahmen oder einstellungen und sowas alles ja so ganz ehrlich das ist so eine geile sache bei dji also top fernbedienung man kann auf dem fahrrad normal fahren und hat dann diese fernbedienung und kann dann ganz normal ohne die kamera anfassen zu müssen aufnahme drücken oder stop drücken oder einstellungen ändern und 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 ihr seht ja kleines display vorne mit drin also hervorragend gemachte von dji gut dann soll es mal losgehen viel spaß beim video zu entschuldigen ist der leichte wind so 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 jetzt jetzt kommen wir in die altstadt so 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 Wir haben das Duell 26 Grad um 11.39 Uhr am 3. August. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Moin Moin Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 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 Das war's für heute. Mit Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich ist. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018